Und ausgerechnet Albrecht Heinzen wollte ihr das Ganze schönreden. »Willst du dich nicht setzen?« hörte sie jetzt seine Stimme wie aus weiter Ferne, und ihr wurde in diesem Augenblick klar, dass sie keine Wahl hatte. Diese Stelle war die einzige, die man ihr anbieten würde. Zumindest konnte sie dort vollkommen selbstständig arbeiten. Alles andere würde sich später regeln. »Morgen?« fragte sie Albrecht Heinzen, statt eine Antwort zu geben. »Steht das Team morgen? Das Büro ist eingerichtet?« »Ja, es ist alles soweit vorbereitet.« Heinzen reichte Enner einen Ordner. »Hier findest du alles schriftlich. Ihr seid für den gesamten Norden Niedersachsens zuständig, sozusagen von der Ems bis an die Elbe und von uns aus bis zur Nordseeküste. Ich habe die entsprechenden Akten bereits in euer neues Büro bringen lassen.« Enner nickte mit versteunerter Miene. So sicher war er sich gewesen, dass sie das Angebot annehmen würde. »Perfekt«, sagte sie und drehte sich abrupt um und verließ das Büro. Enner löste den Zopfgummi und spürte, wie ihr langes rotes Haar, ein Erbe ihres irischen Großvaters väterlicherseits, von einer kräftigen Windböe aufgewirbelt wurde. Ihre Wut auf Albrecht war schon dem Mitleid und der Resignation gewichen. Er hatte einfach kein Rückgrat. Aber wahrscheinlich musste man biegsam werden, wenn man in der Polizeihierarchie so weit wie Albrecht aufsteigen wollte. Enners Ziel war das nie gewesen und jetzt schon gar nicht mehr, da sie alleine war mit ihrem fünfjährigen Sohn, der in gut einem Jahr in die Schule kommen würde. Spätestens dann würde sie darauf angewiesen sein, halbtags arbeiten zu können. Im Moment konnte sie ihn noch bis nachmittags um halb fünf in der Kita lassen. Elias liebte es, den ganzen Tag mit seinen Freunden zu spielen und reagierte an manchen Nachmittagen sogar wütend, wenn Enner ihn früher als vereinbart abholen wollte. Aber sie hatte sich vorgenommen, Elias nicht länger als bis 15 Uhr in die Nachmittagsbetreuung der Schule zu geben. Sie warf den Ordner auf die Rückbank und schloss das Auto wieder ab. Albrecht Heinzen hatte ihr mitgeteilt, dass ihr neuer Ausweis, die Waffe und alles weitere abholbereit seien. Sie meldete sich in der zuständigen Abteilung, wies sich aus und bekam die Sachen ausgehändigt. Das kalte Metall lag schwer in ihrer Hand. Sie war eine ausgezeichnete Schützin, hatte aber gehörigen Respekt vor diesem geschmiedeten Stück Eisen, das in Sekundenbruchteilen Menschenleben auslöschen konnte. Glücklicherweise hatte sie nur wenige Male auf Menschen schießen müssen und sie war froh, dass keiner dieser Vorfälle tödlich verlaufen war. Sie lief zurück zu ihrem Auto, einem zehn Jahre alten VW Passat, der vor kurzem einen neuen Motor erhalten hatte und setzte sich hinters Steuer. Altfälle, fluchte sie verächtlich. Das ist etwas für alte Männer, die den Arsch nicht mehr hochkriegen, verdammter Mist. Sie startete die Motor und verließ den Parkplatz der Oldenburger Polizeidirektion, um sich auf den Weg in ihr neues Büro zu machen. Drei Schlüsselsätze hatte sie mit dem Ausweis und der Waffe überreicht bekommen. Die Adresse stand in den Unterlagen, die Albrecht Heinzen ihr mitgegeben hatte. Auf keinen Fall wollte sie morgen gemeinsam mit ihren neuen Kollegen zum ersten Mal vor der Tür stehen. Nein, sie war die Hausherrin und würde das neue Terrain gründlich inspizieren, sich vorab ihr Büro aussuchen und es beziehen. Die Räumlichkeiten hatten Charme, das musste Enner zugeben. Das alte Gebäude, eine sogenannte Oldenburger Hundehütte, lag in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und zu deren unzähligen Cafés und Restaurants. Enner schätzte das Haus auf knapp über hundert Jahre. Es war einer der vielen Bauten, die in Oldenburg im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört und in den letzten zwanzig Jahren restauriert worden waren. Beim ersten Durchgang fand sie drei Büros im Erdgeschoss, eine bereits eingerichtete Küche und ein Badezimmer. Im Dachgeschoss befanden sich drei weitere kleinere Räume, Holzfenster, hohe Decken und alte Dielen aus Eiche. Enner fühlte sich auf Anhieb wohl in den Räumen, suchte sich das größte und hellste Zimmer aus und stellte ihren Laptop auf den Schreibtisch aus Glas und Chrom. Hatte Albrecht Heinzen dafür gesorgt, dass sie nicht irgendwo im Gewerbegebiet untergebracht waren? Er kannte Enners Faible für Oldenburgs historische Gebäude und wusste, dass Elias Kindergarten nur fünf Gehminuten von ihrem neuen Büro entfernt lag. Das war alles schön und gut, aber Enner fühlte sich trotzdem abgeschoben.